Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Zurück nach einer etwas längeren Sommerpause. Habt ihr jetzt fast vier Wochen lang nichts von uns gehört, dafür aber mit umso charmanterer Unterstützung, nämlich bei mir ist heute nicht der Michael, der ist noch in Kreta am Strand, sondern das Forever Nerd Girl Anja. Hallo! Hallo! Und für alle, die uns heute zum ersten Mal hören, mache ich es ganz kurz. Google einfach Nerdizismus, dann findet ihr alles, was dazugehört oder schaut in euren Podcatcher oder bei Spotify oder bei iTunes rein, dann findet ihr Nerdizismus und all unsere Shows. Heute sprechen wir ja über zwei Serien, vielleicht auch noch über ein paar andere, aber erstmal über zwei Serien und einen Film. Ich habe nämlich mit dem Forever Nerd Girl eine kleine Nostalgie-Reise gemacht. Wir haben zuerst die Goonies geschaut, wo ich sehr entsetzt war, dass du den Film nicht kanntest. Andererseits war Baujahr 90, ist das wahrscheinlich auch zu entschuldigen. Aber wie kann man die Goonies nicht kennen? Ja, aber das ist so zu erklären, dass ich in einem Haushalt aufgewachsen bin, wo manche Filme einfach nicht geguckt worden sind. Aber viele andere Filme habe ich dafür gesehen. Ja, aber du hast noch einen anderen Film auch nicht gesehen und über den wollen wir heute nämlich sprechen und die dazugehörige Serie, nämlich Der dunkle Kristall. Den kanntest du auch nicht. Genau, den kannte ich auch nicht, aber das haben wir dann ja letztens direkt nachgeholt. Und unter anderem, weil die Serie ja jetzt bei Netflix zu schauen ist. Genau. Für alle, die nicht wissen, was Der dunkle Kristall ist. Der dunkle Kristall ist ein Film von 1982. Und was ist jetzt das Besondere an diesem dunklen Kristall-Film? Nun, es ist ein Puppenfilm. Der Film wird ausschließlich mit Puppen erzählt und ist von den Muppets-Erfindern Jim Henson und Frank Oz. Frank Oz und Muppets und Jim Henson, die kennt ihr. Die haben nämlich, wie gesagt, die Muppets gemacht, aber auch die Fraggles. Und Frank Oz hat auch Yoda gespielt und seine Stimme geliehen. Also von daher in den 80ern war das so eine richtige Gang. Und einer meiner Lieblingsfilme, den ich schon als Kind gesehen habe, das Labyrinth. Ja, das ist von der gleichen Gang. Genau. Und der hat mir damals schon sehr gut gefallen. Und ich finde, Der dunkle Kristall hat auch so ein bisschen was von dieser Atmosphäre, die man auch im Labyrinth ein bisschen spürt. Ja, wenn ich sage die gleiche Gang, dann meine ich, wie gesagt, die gleiche Gang. Es ist nämlich ein Film, der produziert wurde von Gary Kurtz. Gary Kurtz hat auch Star Wars produziert. Die ersten zwei Filme, wenn ich mich recht entsinne. Und auch den dritten, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Aber auf jeden Fall die ersten zwei. Musik Trevor Jones, auch der hat zum Labyrinth dann die Musik gemacht und so weiter. Also von daher, das ist so eine richtige Gang gewesen, die in den 80er Jahren dann Filme produziert hat. Unter anderem eben auch Dunkle Kristall, über den wir heute sprechen. Und dazu haben wir das als Anlass genommen, weil Netflix jetzt eine Serie rausgebracht hat. Die Serie ist aber nur ein Prequel zu dem eigentlichen Film. Und jetzt fangen wir mal mit dem Film an, weil so guckt man es eigentlich auch. Oder du hast ja jetzt erst den Film gesehen, danach die Serie. So ging es mir ja auch. So geht es eigentlich anders. Würdest du aber eigentlich sagen, erst die Serie gucken und dann den Film schauen? Ich glaube, das ist egal. Also wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat, der kann die Serie guten Gewissens einfach schauen, weil man da sehr gut in diese Welt so eingeführt wird. Aber wenn du jetzt den Film vorher schon geschaut hast, es ist egal, finde ich. Worum geht es denn im Dunklen Kristall? Also wir haben eine Fantasy-Welt, die heißt Fra. Und auf dieser Fantasy-Welt leben verschiedene Spezies. Grundsätzlich erstmal die bösen Skechse, die diese Welt beherrschen. Die sehen aus wie so Vögel, Skelette, abgemagerte Vögel, Geier, genau. Also eher wie Geier. Aber da muss schon direkt zugesagt werden, die sind ja nicht ursprünglich von Fah. Richtig, die sind nämlich Außerirdische sozusagen, die auf Fah gelandet sind, zusammen mit den Uru, beziehungsweise im Englischen den Mystics. Wieso heißt es im Deutschen nicht auch Mystics? Ich weiß es nicht, vielleicht mit Lippensynchronität kannst du nichts zu tun haben. Puppen haben keine Lippen. Also auf jeden Fall gibt es die Skechse und die Urus, beziehungsweise auf Englisch Mystics. Es gibt die Gelflinge und dann gibt es die Pottlinge und was gibt es noch? Viele verschiedene andere Kreaturen, die da im Wald hausen. Ja. Und alle scharen sich im Grunde genommen um einen dunklen Kristall, der nämlich, was kann eigentlich dieser Kristall? Ich habe eigentlich nie ganz verstanden, was dieser Kristall kann. Der Kristall, so wie ich das verstehe, vereint die gesamte Energie von Fra mit ihren ganzen Wesen und Kreaturen. Das ist wie so eine allgegenwärtige Macht, habe ich das Gefühl. Allerdings muss dazu auch direkt gesagt werden, der dunkle Kristall war ja von Anfang an gar nicht dunkel, sondern eigentlich ist es ein durchsichtiger Kristall, wie so ein Bergkristall. Ein scheinender Kristall, der natürlich dann im Laufe der Zeit dunkel geworden ist durch verschiedene Eingriffe in seine Natur. Ja. Und es gibt auch eine Hüterin des Kristalls, das ist nämlich die Hexe Orgra. Genau. Ich finde, die sieht ein bisschen aus wie ein Schweinchen. Und im Deutschen beim Film bin ich ziemlich sicher, dass das die Synchronstimme von Miss Piggy war. Deswegen passt es ja auch irgendwie. Ich bin ziemlich sicher, dass die deutsche Stimme in dem 80er Jahre Film auch Miss Piggy gesprochen hat. Da hat sich jemand bestimmt dasselbe gedacht wie ich. Ja, das klingt nämlich so. Also wir haben den Film und im Film ist wie gesagt, die Serie ist ein Prequel, also ist der Film ein Sequel, wobei der Film halt zuerst war. Und der Film ist eigentlich gar nichts Besonderes von der Story her, weil es ist eigentlich so die klassische Chosen One Geschichte. Genau, wir haben einen Auserwählten, der sich eines Tages auf die Suche begibt, nach was denn eigentlich, nach seiner Herkunft? Nein, er bekommt ja von Orgra, er bekommt den Auftrag von den Urus, den Splitter oder einen Splitter des Kristalls, der verloren gegangen ist und der das Ungleichgewicht hergestellt hat, weil der Kristall halt eben zerbrochen ist, den Splitter zu finden und den Kristall zu vereinen, um das Gleichgewicht auf Frau wieder herzustellen. Genau, stimmt, so war das. Und auf seinem Weg und seiner Reise trifft er Orgra. Genau, und die hat dann nämlich den Splitter für ihn. Das ist jetzt kein Major Spoiler, weil das passiert in den ersten 20 Minuten, was der Antrieb in der ganzen Sache ist, dass die Welt Frau nämlich stirbt. Und er ist als einziger Gelfling übrig, zumindest am Anfang. Weil nämlich alle Gelflinge von den Skeksen, ja im wahrsten Sinne des Wortes, ausgequetscht wurden. Ja, und da kommt man dann auch schon im Prinzip zur Serie, wo wir dann erleben, wie die Skekser das herausfinden, dass sie die Gelflinge in dieser Art und Weise nutzen können. Denn wenn sie die Gelflinge im wahrsten Sinne des Wortes ausquetschen, dann können sie ihre Lebensenergie verflüssigen und wenn sie die trinken, können die Skekser halt ewig leben. Und das erinnerte mich direkt an einen meiner Lieblingsfilme, Hokus Pokus. Und wo auch den kleinen Kindern das Leben ausgesaugt wird von den drei Hexen. Echt? Ja. Ist das nicht bei der Sternwanderer auch so, dass die Hexen eigentlich alle schon vergammelt sind? Ja, genau, genau. Ja, es ist ein Thema. Ich erkenne ein Muster. Scheint ein üblicher Movie Trope zu sein, irgendjemand auszuquetschen, um seine Lebensenergie. Wenn Vampire machen, das ist ja im Grunde genommen auch. Ja, wir hatten ja eben schon gesagt, das Besondere an der ganzen Geschichte ist, dass es komplett, also der Film auf jeden Fall, die Serie hat da ein bisschen CGI drin, aber der Film ist zu 100 Prozent mit Puppen erstellt worden, beziehungsweise mit komplett Ganzkörperkostümen. Weil manche Figuren sind auch ein bisschen größer. Also die Mystics, beziehungsweise Urus und die Skechse, da stecken dann ganze Menschen drin. Aber die Gelflinge, die sind, naja, Hobbit groß, noch kleiner. Ja, die werden auf den Schultern getragen von den Puppenspielern. Und das sieht unglaublich aus. Also es gibt auf Netflix auch ein kleines Mini-Making-of, was wir uns danach auch angeschaut haben, um mal zu sehen, wie diese Welt von Thra ins Leben gerufen worden ist. Und das war wirklich sehr interessant zu sehen, wie die Puppenspieler ja den Figuren so einen Charakter verleihen. Also das stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Aber es wirkt einfach so echt, obwohl es Puppen sind. Und man muss auch ehrlich gesagt sagen, dass dieser Film es geschafft hat. Also es ist kein Kinderfilm. Also ich meine, ich habe das Ding als Kind gesehen. Also der kam 82 raus, bis die VHS abgenudelt bei mir angekommen ist. Da werde ich dann 5, 6, 7, sagen wir mal 8, 9 oder 10 gewesen sein. Denn komischerweise habe ich mich bei dem Film jetzt nicht wirklich gegruselt, im Gegensatz zum Morg, wie halt der Gemorg bei der unendlichen Geschichte. Da war ich auch 5 und da habe ich im Kino Schiss gekriegt. Aber im dunklen Kristall, gut, den habe ich dann vielleicht mit 8 gesehen, 85 oder so. Da war ich, jetzt habe ich keine Angst mehr gehabt. Also, aber es ist definitiv kein, ich fand den als Kind auch doof, weil ich den nicht verstanden habe. Ah, okay. Ja, kann ich mir vorstellen. Also für Kinder finde ich den auch so gut. Ich fand den langweilig. Ich hatte halt einen Puppenfilm mit Muppets irgendwie erwartet oder mit Fraggles erwartet, weil so wurde der halt angekündigt und dann guckst du den. Und es ist halt absolut ein Erwachsenenfilm. Also von den Dialogen her, von der Mystik her, der komplett Erwachsenen. Ja, aber es ist dann wieder wie bei Zeichentrickfilmen, die für Erwachsene produziert sind, dass sich die Menschen, die das TV-Programm irgendwie schreiben oder sagen, wann welche Sendezeit für welchen Film vorher gesehen ist, die sagen dann wieder, oh, das ist mit Puppen, das ist bestimmt für Kinder. Das ist ja immer wieder falsch, diese Annahme. Ja gut, aber das ist halt typisch deutsch. Deswegen laufen die Simpsons ja auch im Vorabendprogramm, weil immer noch keiner gerafft hat, obwohl inzwischen laufen die neuen Folgen ja auch abends. Also der Film ist von 82, hatte damals einen relativ hohen Erfolg, aber jetzt auch nicht so groß, dass man gesagt hat, man macht eine Fortsetzung dazu. Dann lag das ganze Projekt auf Eis, Jim Hansen ist dann auch irgendwann verstorben, Ende der 90er und dann hat man 2012 das Ganze wieder ausgegraben, um es danach wieder einzustampfen, weil man es einfach als zu kostspielig empfunden hat. Jetzt war aber 2012 ja eine Zeit pre Netflix, ja auch die gab es mal und dann hat man sich im Jahr 2017 dem Ganzen nochmal angenommen, beziehungsweise Netflix hat sich dem Ganzen angenommen und seit 30. August 2019 läuft jetzt die Serie auf Netflix. Sie haben die alte Gang teilweise wieder zusammengebracht, also in dem Making-of sieht man, dass es wirklich die alten Puppenspieler sind, die dann die neuen Puppenspieler anlernen und so weiter. Und man hat noch eine weitere Geschichte rein oder eine weitere Besonderheit reingebracht, im Gegensatz zum Film, der relativ von No Names gesprochen wurde, sprechen hier also wirklich, ja also das aktuelle Who is Who von Schauspielern. Sigourney Weaver ist dabei, Helena Bonham Carter ist dabei, Nathalie Emmanuel ist dabei, Mark Hamill ist dabei, Jason Isaacs ist dabei, Shazad Latif, Simon Peck, Benedikt Wong, Essie Eisert, Nathalie Dormer, Lina Heddy, Alicia Vikander und so weiter und so weiter. Also die haben hier alle Sprechrollen und dann ist noch eine dabei, die Catriona Belfi, wer ist das denn? Ah, die ist aus Outlander. Es sind zwei aus Outlander dabei, oder? Ist nicht hier der, die Nathalie Dormer auch aus Outlander? Nein, es ist Game of Thrones. Die war von Game of Thrones, richtig, ganz genau, stimmt, die war von Game of Thrones, ja. Und die geben also wirklich alles, das muss man ganz ehrlich sagen. Also das hat mich auch sehr überrascht, dass der Cast einfach so bekannt war. Und wir haben es auch auf Englisch dann geschaut. Und bei manchen Stimmen, ich musste einfach erstmal ein bisschen mich reinhören, weil zum Beispiel Mark Hamill, der ja auch bekannt ist als Batmans Joker, den erkennst du so nicht. Der verstellt seine Stimme so krass, dass du den so nicht erkennen wirst. Also ich zumindest jetzt nicht, weil ich die Joker-Stimme jetzt nicht so gut kenne. Aber ich hätte ihn so sonst nicht erkannt. Du? Nee, als ich es wusste, ja. Aber wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich es nicht raus. Ich bin ja eh nicht so der Stimmenmensch mit englischen Stimmen, vor allem wenn die dann noch einen Akzent haben und so weiter. Ich hätte auch Simon Peck niemals erkannt, als Chamberlain. Etwas, mit dem mich das Forever Nerd geht, der jetzt seit Tagen schon nervt. Yes. Warte nur ab, bis ich wieder in Monaco Franz gucke. Geh Spatzel. Oh nein. Den schaue ich mir auch einmal im Jahr. Geh Spatzel. Jetzt haben wir so ein bisschen das Problem und das ist auch das Problem, was ich mit der Serie habe. Ich finde die Serie halt toll, aber unspannend, weil ich halt schon weiß, wie es ausgeht. Das ist das Problem. Aber ich muss dazu sagen, ich finde, das ist das einzige Problem und ein Problem, mit dem ich leben kann. Weil, ich muss sagen, die Serie hat mich so geflasht und so mitgezogen. Wir haben die abends immer geschaut und die hat mich so krass beschäftigt, dass ich nicht richtig gut schlafen konnte. Also war es eigentlich für mich keine gute Idee, die abends zu schauen. Ich hätte es vielleicht nachmittags schauen sollen. Ja, weil die so intensiv war für mich. Da konnte ich echt, also. Aber hast du dich denn jetzt gekuselt oder hast du mit den Figuren so mitgelitten? Oh, ich habe so mitgelitten einfach. Dieser Verlust von Rian und diese Ungerechtigkeit in der Welt. Oh, das hat mich einfach so gepackt. Aber dann müsste doch die zweite Serie, die wir heute noch besprechen, dich noch viel mehr gepackt haben, weil ich fand, da war die Ungerechtigkeit eher so mit dem Holzhammer. Ja, aber es ist schwierig. Also was mich, ich fand, was mich fasziniert hat, war, dass man sich wirklich Zeit nimmt. Also man muss ganz ehrlich sagen, es ist eine zweite Staffel angekündigt und die braucht es auch, weil, so viel sei verraten in der ersten Staffel, die braucht sehr lange, bis es wirklich losgeht. Also das Worldbuilding ist extremst ausführlich. Ja, aber das ist gerade das Schöne. Also ich finde es toll, ich finde es toll, aber das Worldbuilding ist wirklich, also ich kann gut verstehen, wenn man nach zwei, drei Folgen sagt, okay, what's the point, kommt man irgendwie ein bisschen voran. Das ist so das eine, wo man, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, ja. Und dann ist es natürlich, was die Action angeht, es sind halt Puppen, das muss man halt auch ganz klar sagen. Also es ist halt wirklich auf höchstem Niveau, ich glaube, viel besser kann man es nicht machen, mit minimalstem CGI-Einsatz. Also ich glaube, die haben einfach mal im Hintergrund ein bisschen was animiert. Weil die Zungen von den Skeksen. Die Zungen von den Skeksen sind dann animiert. Aber alles andere, was man sieht an Mimik oder auch das Augenklimpern oder Blinzeln und so, kommt von den Puppenspielern und da wird per Animatronic halt ferngesteuert, sodass dann also wirklich bis zu drei, vier Leuten so eine Puppe steuern. Also wie gesagt, die Story braucht ein bisschen, bis es in Gang kommt. Und ich überlege gerade, wenn man den Film nicht gesehen hat, versteht man dann die Welt? Doch, ich finde, es wird schon gut erklärt. Ich finde schon. Aber das mit dem Gleichgewicht ist einem dann nicht klar. Ja, aber es wird ja direkt am Anfang auch erzählt, die Skeks haben Orgra diese Maschine gegeben. Ja, es wird also wirklich direkt in die Welt eingeführt. Die Maschine beschäftigt Orgra, sodass Orgras Auge nicht auf Frage richtet ist, sodass ihr erst mal nicht merkt, was da vor sich geht. Ja, damit fängt es ja an. Und das ist eigentlich so die Ausgangslage. Und dafür musst du, finde ich, nicht den Film kennen. Weil das wird im Film ja auch nochmal besprochen. Und da wird auch nochmal drauf eingegangen. Und deswegen, ja, es ist doppelt gemoppelt in dem Sinne. Aber wahrscheinlich auch dafür, dass junge Netflix-Nutzer, die den Film noch nicht kennen, einfach auch da direkt einsteigen können. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Trailer zur Serie gesehen habe, hast du den Trailer gesehen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Zur Serie. Da habe ich echt gedacht, okay, es ist einfach Beat für Beat nochmal der Film. Weil der Trailer ist wirklich so geschnitten, auch dadurch, dass ja natürlich die Kulissen auch die gleiche sind. Es ist das gleiche. Das Skekseschloss, der Kristall sieht natürlich gleich aus. Die Maschine, mit der die Gelflinge ausgequetscht werden, ist die gleiche und so weiter und so weiter. Und der Trailer ist wirklich so geschnitten, dass man glauben könnte, ja, das ist doch gerade der Film. Und dann hatte ich so die Sorge, die erzählen praktisch den Film über zehn Folgen nach. Und das würde die Handlung von dem Film jetzt nicht hergeben. Oder sie machen die ersten zwei, drei Folgen, so wie bei The Force Awakens, so ein Beat für Beat Rehash und gehen dann irgendwann in die neue Story über. Aber es ist wirklich ein Prequel. Das heißt, hier wird also erstmal ein Word-Building getrieben. Man lernt auch, was man aus dem Film nicht weiß, dass es also ganz verschiedene Gelfling-Stämme gibt. Ich glaube sieben. Und jede Stämme hat eine Anführerin, nämlich eine Mordra. Und dieses ganze Word-Building. Und das auch im Prinzip außer einigen wenigen, nämlich die, die hinter das Geheimnis kommen, eigentlich alle ganz zufrieden sind, wie es läuft. Das ist nämlich das Problem unserer Helden, dass nämlich im Grunde genommen jeder überhaupt nicht versteht, warum sich die Helden gegen die Skekser auflehnen, weil es läuft doch vermeintlich. Genau, nur wird das Geheimnis dann ja im Prinzip nur durch einen Gelfling gelüftet. Und er konnte das ja auch nur überzeugend weitererzählen durch dieses Dreamfastening. Ja, das ist nämlich was, was die Gelflinge können. Sowas wie Gedankenverschmelzung bei Vulkaniern. Ja. Können Gelflinge, die nennen das Dreamfast? Ja, Dreamfasting. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch hieß in dem Film. Ich glaube, Schnellträumen oder sowas. Ich glaube, es hat man törtlich übersetzt. Und sie können halt dann, indem sie sich berühren und kurz so ein bisschen in Trance gehen, halt wirklich Gedanken austauschen oder Gefühle austauschen. Und dadurch auch dann, und die sind anscheinend nicht, da kann man nicht lügen. Genau, du kannst es halt nicht manipulieren. Du zeigst dem anderen im Prinzip deine Erinnerung. Und da kannst du halt nicht lügen oder irgendwas dazu erfinden. Das Ganze geht über zehn Folgen. Jeweils 45 bis 60 Minuten. Also es ist auch teilweise wirklich lang. Am Ende ist es vielleicht ein bisschen gerusht. Aber wenn man weiß, dass es noch eine zweite Staffel geben wird, weil natürlich die Pre-Production auch so teuer ist, da musst du eine zweite Staffel machen. Also wenn du so viel Aufwand da reinsteckst, da musst du eigentlich eine zweite Staffel machen. Wenn man es also guckt mit dem Wissen, es gibt eine zweite Staffel, kann man es wesentlich entspannter gucken. Weil ich habe ehrlich gesagt so ab der achten, neunten Folge auf die Uhr geguckt und habe mir gedacht so, ja, jetzt müssen wir aber langsam mal zu Potte kommen, sonst wird das hier irgendwie nichts mehr mit dem Widerstand. Also von daher, es wird ausreichend Zeit genommen. Aber ich glaube, dass es in der zweiten Staffel dann nochmal... Ja, also wir haben ja jetzt die Vorbereitung gehabt zum Widerstand, dann die Bildung des Widerstands, dann ein erstes Gefecht und am Ende der Staffel konnten wir ja sehen, dass die Skechse eine Art... Spoiler! Spoilern wir etwa nicht? Doch, aber du weißt ja wieder, dass da wieder die Kommentare drunter stehen. Hättet ihr denn nicht wenigstens mal vorwarnen können? Ah, darf ich jetzt spoilern? Der Riesenspoiler ist ja eigentlich, guckt euch den Film an, ihr wisst, wie es ausgeht. It's not ending good. Okay, ich sage es einfach so. Wir wissen am Ende dieser Staffel, dass uns ein größerer Krieg oder eine größere Schlacht auf jeden Fall noch bevorsteht oder eine Auseinandersetzung zwischen den Skechsen und den Gelflingen. Wobei ich es immer wieder erstaunlich finde, dass der Film halt so ist, wie er ist. Und dass man weiß, wie es enden wird, weil die Gelflinge wirklich in einer großen Überzahl sind und es sind gar nicht so viele Skechse. Ja. Ja, also das müssen sie mir auch noch erklären. Also das müssen sie mir wirklich noch erklären. Also wie das funktionieren soll. Gut. Vor allem sind die Skechse gar nicht so gut ausgebildet. Es gibt ein General. Gibt, gab, gibt wie auch immer. Und die anderen, die sind ja nicht die Schlausten. Eigentlich sind sie ziemlich degenerierte Idioten, um echt zu sein. Also die Skechse sind wirklich nicht die Schlausten. Es gibt vielleicht zwei, drei, die ein bisschen was in der Birne haben. Der Rest ist leider, ja, ein bisschen hohl. Und bei den Gelflingen, da gibt es schon mehr Tatendrang. Ja, auf jeden Fall. Was man der Serie auch noch zugutehalten muss, ich habe es vorhin erwähnt und das wird auch in dem Making-of beschrieben. Man hat es wirklich versucht mit CGI zu machen und hat mal so drei, vier Minuten High-End CGI produziert und hat im Verbund mit Puppen, also Skechse waren Puppen, die Gelflinge waren aus dem Rechner. Und es hat halt Gott sei Dank hinten und vorne nicht funktioniert, sodass man von der Idee wieder Abstand genommen hat und dann aber eben nur die Puppen im Detail etwas enhanced hat, digital. Ja, aber das sah wirklich furchtbar aus. Also es sah echt nicht gut aus. Diese CGI-Gelflinge, die hatten einfach überhaupt keinen Charme und überhaupt gar keinen Charakter. Die Puppen, die haben wirklich, jede Puppe hat was Eigenes. Jeder Charakter hat so ein bestimmtes Aussehen. Also das haben die einfach so gut gemacht. Ich weiß nicht, ich kann das einfach nur loben. Auf jeden Fall. Also wirklich eine Serie. Wenn man, also man muss, glaube ich, man muss schon den Look mögen. Also man muss, glaube ich, schon dieses Puppenspiel. Also es hat nichts mit auch von Augsburger Puppenkiste zu tun. Also da muss man ganz, ganz klar sagen. Ich glaube, es gibt ein oder zwei Stellen, da sieht man mal einen Stab. Im Film mehr als in der Serie. Also man sieht ab und zu von den Händen die Stäbe. Aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Also das ist jetzt für mich kein Fauxpas oder so. Sondern weil ich weiß ja, das ist so gemacht. Schlimmer finde ich es, wenn ich in einem Film irgendwie so das Mikro von oben sehe. Aber bei den Puppen, da hat mich das überhaupt nicht gestört. Ja. Da fand ich, was so im Hintergrund immer abläuft. Zum Beispiel, ich weiß nicht mehr genau, an welcher Stelle das war, aber diese Natur oder halt diese Locations, die da gezeigt werden, die leben ja auch richtig. Da passiert im Hintergrund immer irgendwas. Da bewegt sich eine Pflanze, da steigt eine Pflanze irgendwie in die Luft. Da sind diese kleinen, plüschigen Teile. Wie heißen die eigentlich? Die mit der großen Klappe? Die, 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 die Hunde, die bissigen Tribbles. Ja, es ist Cricks, Cricks oder irgendwie so. Ich weiß ehrlich. Ich weiß es nicht, aber irgendwas passiert da halt auch immer. Und das ist richtig schön. Und da merkst du auch, finde ich, absolut die, also das ist dann Muppets. Ja, das ist Liebe und Hingabe. Ja, aber das ist, das ist genau so wie es bei Muppets auch. Ja, aber es ist auch, es ist an manchen Stellen auch witzig. Ja, ohne albern zu sein. Ohne albern zu sein, genau. Es ist witzig und liebevoll gemacht. Und auch, ja, diese Mystik da drin ist so schön. Sprich weiter, ich schenke mir nur was ein. Oh, schon leer. Ja, das ist die Flasche von gestern. Ja. Toll. Podcast mit einem halben Bier. Das ist ja eher suboptimal. Ja, also was wäre dein Fazit für Dark Crystal? Also gemessen an dem, was wir ja sonst hier immer so reviewen, muss ich sagen, dass ich wirklich in dieser Serie relativ schnell drin war. Sie hat ihre Längen. Die könnten, also zwei Folgen weniger wären auch okay gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt auch Folgen, da passiert echt nicht viel. Zwei, drei Sachen müssen sie mir nämlich noch erklären, aber das kommt vielleicht in der zweiten Staffel. Ja, aber das sind so Grunddinge, die man halt, wie sagt man dann, Suspension of disbelief. Also das sind ja Dinge, die musst du halt in der Welt halt kaufen. Und wenn man die kauft, dann funktioniert das an sich und dann macht es auch Spaß zu gucken und dann ist es immer wieder was Neues. Wie gesagt, ein bisschen vom Pacing her ein bisschen straffer, wäre, glaube ich, besser gewesen. Aber als erste Staffel gebe ich dem Ganzen wirklich mal lockere acht Punkte von zehn. Das ist richtig gut, gut gemachtes Storytelling. Das ist gut gemacht, auch effektemäßig. Das ist mit viel Liebe und im Detail gemacht, mit viel Hingabe. Die Story ist nur, weiß Gott, nicht die innovativste. Es ist die übliche Chosen-One-Geschichte. Da ist nur, weiß Gott, nichts Innovatives dran. Das ist aber in Ordnung, weil die Charaktere, und das muss man sagen, für eine Puppe halt wirklich toll sind und man mag die alle, sogar so eine hässliche Augra. Ach, die ist doch cool. Ist super. Also die Augra, die als Figur, die gefällt mir sehr, sehr gut. Einfach mit ihrer, auch mit dieser Sprache. Dieser ist immer, hm, was die immer macht. Finde ich super. Und ja, die Skechse, die sind so abschreckend scheußlich. Das ist wundervoll. Also dieser krasse Gegensatz von Skechsen und Gelfling, der ist richtig greifbar. Also mich hat die Serie einfach reingezogen. Ich saß mit so riesigen Augen vorm Fernseher und war echt eingetaucht. Und ich kann auch jedem empfehlen, sich den Soundtrack von der Serie anzuhören. Der ist einfach wunderschön. Also von uns absolute Guck-Empfehlung. Ich denke, man weiß nach einer Folge, ob man das mag oder nicht. Oder man guckt sich einfach den Film an und wenn man den mag, dann... Der Film ist auch, muss man ganz ehrlich sagen, relativ gut gealtert. Ja, wobei ich finde, er ist irgendwie so... Im Vergleich zur Serie wirkt er ein bisschen blass. So ein bisschen farblos. Aber das liegt einfach nur an der Art und Weise. Ja gut, okay. Also im Basis, genau, er ist halt ein bisschen... Also er ist relativ gut gealtert, aber muss schon sagen, er ist natürlich von einigen Effekten, was halt so die Distanzaufnahmen angeht, die sind halt schon 80er-Level, das muss man schon sagen. Aber wenn es ums Puppenspiel geht, dann fügt sich das eigentlich nahtlos mit dem heutigen an. Da gibt es also wirklich keinen großen Unterschied. Ja, ein paar Sachen sind ein bisschen cheesy auch im 80er-Film, aber es ist halt 80er-Kino. Aber das ist halt auch retro und das hat halt auch Charme, finde ich. Also da habe ich ja auch, als ich jetzt letztens die Goonies geschaut habe, da sind auch so ein paar richtiges Cheesy-Film. Ja, natürlich, die Goonies sind in manchen Dingen auch richtig cheesy. Als Kind wäre mir das so halt nicht aufgefallen, wenn ich das jetzt zum ersten Mal als Kind gesehen hätte, hätte ich es auch als Erwachsener anders empfunden wahrscheinlich. Und jetzt, wo du die Goonies gesehen hast, müsstest du eigentlich auch Stranger Things mit anderen Augen sehen. Weil wenn irgendwas von den Goonies inspiriert ist, dann Stranger Things. Ja, da hast du recht, ja. Absolut. Ja, also von uns aus Guck-Empfehlung. Das Schöne ist, die Serie ist komplett auf Netflix auf einmal erschienen. Man kann sie halt auch wirklich durchbingen. Dann haben wir noch eine Serie geguckt, noch eine Fantasy-Serie, nämlich Carnival Row. Genau, die haben wir gesehen auf Amazon Prime. Ja, eine Serie, die ich irgendwie, den Titel habe ich zwei, drei Mal irgendwie gehört, aber ich habe dazu keinen Trailer gesehen oder sonst irgendwas. Dann habe ich ein paar Plakate gesehen, aber irgendwie hatte ich das nicht so auf dem Schirm. Also das Marketing ist so, also das Plakat, was ich beim Vorbeifahren an den Bushaltestellen gesehen habe, war so absolut nichts sagen. Du hast ein Plakat gesehen? Ja, es gab, glaube ich. Ich habe überhaupt nichts davon gesehen bekommen. Ja, es war auch so absolut nichts sagen. Das habe ich nur gesehen, weil das halt an der Bushaltestelle war, wo ich jeden Morgen fast immer anhalten muss. Ach so. Und dann habe ich aber auch nur Carnival Row, Orlando Bloom und Netflix und Amazon Prime und da musste ich schon weiterfahren. Mehr habe ich bei dem Plakat überhaupt nicht erfassen können. Ich habe aber dann eine Sache, beim irgendeinem Vorbeifahren dann gelesen, nämlich da stand dann doch klein dann drauf, neben Orlando Bloom, Clara Delevin, stand dann nämlich auch drauf, dass die Serie von René Echevarria ist und da hat es bei mir geklingelt, denn das ist einer der Drehbuchschreiber, die bei Deep Space Nine und bei TNG sehr viele Folgen beigesteuert haben. Und so ist das eigentlich erst ein bisschen bei mir auf dem Schirm aufgetaucht, weil ich mir dachte, na gut, wenn der als Showrunner fungiert, der früher solide bis gute Arbeit bei DS9 und TNG abgeliefert hat, dann kann man da ja mal reingucken und erst dann habe ich eigentlich festgestellt, dass das so eine Steampunk-Geschichte ist. Genau. Bisschen wie der goldene Kompass. So ähnlich, ja. Wir sind da auch in einer schönen Fantasy-Welt gelandet. Die Location erinnert so ein bisschen an das London im viktorianischen Zeitalter. Wir haben da die gerade anfangende Industrialisierung, wie es scheint. Und ja, uns begegnen dort einige Fabelwesen, die dort eingewandert sind. Wir haben nämlich in dem fiktiven Stadtstaat de Bourg, der so eine Mischung aus New York um die Jahrhundertwende und London um die Jahrhundertwende ist. Dort treffen sich nämlich wie in so einem Schmelztiegel in der Carnival Row verschiedene Kreaturen. Da gibt es einmal Faune. Faune, wir haben Zentauren. Zentauren. Feen. Feen, Kobolde, Trolle. Trolle. Ja. Menschen. Menschen, die auch da rumrennen. Und das waren so die Gangsten. Die ersten, genau. Wobei diese, ja, die Packs sollen, die sind Faune, genau. Genau, die sind Faune. Wobei ich jetzt, jetzt muss ich gerade noch mal gucken. Puck, 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 Puck ist nicht bei Shakespeare im Sommernachtstraum. Da heißt doch der Faun Puck. Ist that so? Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine halbwegs noch vorhandene humanistische Bildung. Bei uns gab es in der zwölften Klasse nur Romeo und Julia. Vielleicht heißt es einfach nur Faun Puck und Puck in deinem Sommernachtstraum ist einfach nur Puck als Faun. Ja, aber Puck war ja da so ein bisschen als Beleidigung. Ja, das ist auch mehr so eine Abkürzung. Eigentlich das Nigger für Fauns. So ähnlich, genau. Ja. Ja, da haben wir nämlich schon eine der Themen aufgegriffen in der Carnival Row, werden nämlich die ganzen Fabelwesen ja, abgeschoben sozusagen. Ja. Die dürfen, die werden geduldet in der Carnival Row, aber es sind Flüchtlinge, denn wir befinden uns in einem Krieg. Krieg. Oder es gab einen großen Krieg. Und es gibt auch, glaube ich, noch einen kalten Krieg gegen eine Fraktion, die nennt sich Der Pakt. Der Pakt. Ja, The Pakt. Und so wie sich das, also es ist eine Allegorie so ein bisschen auf, also der Pakt soll schon eindeutig Erster Weltkrieg sein. Also die Mittelmächte Deutschland, Österreich sind wohl so der Pakt und die Alliierten sind dann eben The Berg. Wobei The Berg sich eigentlich versucht, neutral rauszuhalten. So irgendwie, habe ich das verstanden? Und die Mächte des Pakt haben halt alle Fabelwesen aus ihrem Reich vertrieben. Oder sind noch dabei. Oder sind noch dabei. Und die suchen halt eben unter anderem Zuflucht im Stadtstaat The Berg und da ganz besonders in der Carnival Row. Und in dieser Carnival Row passieren Morde und ein Inspektor, gespielt von Orlando Bloom, nämlich der Rykoff Philostrade, der soll also diese Morde jetzt aufklären. Genau, wir haben da einen sehr kaltblütigen Mordfall und ja, Inspektor Philo, wie er genannt wird, ist vor Ort und versucht dann, ja, diesen Übeltäter zu finden, bei dem ja, man erst auch überhaupt nicht weiß, wer es sein könnte. Ich finde, man kommt je Folge immer ein bisschen näher, bis man selber dann irgendwie drauf kommt. Aber ich finde es sehr gut gemacht, weil bis so, weiß nicht, die vorletzte Folge, war ich mir noch sehr unsicher, wer es hätte sein können. Es war nicht der Gärtner. Nee, trotzdem war es jetzt, also, ja, es war Captain Obvious, aber nee, ich fand gar nicht, ja, das auch ein bisschen irgendwann. Bis zur vorletzten Folge, also vorletzte oder letzte, da wusste man es dann auf jeden Fall. Also ich sag mal so, im Gegensatz zum, jetzt zu The Dark Crystal, was ein bisschen gerusht oder was ein bisschen lang gezogen war, was man hätte kürzen können, hätte ich mir hier bei den acht Folgen durchaus noch zwei mehr gewünscht, weil mir nämlich das Worldbuilding außerhalb von dem Stadtstaat ein bisschen zu kurz gekommen ist. Da gab es ein, zwei Flashbacks, die waren aber dann auch sehr lokal, also da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Worldbuilding, weil de facto reden wir eigentlich nur über zwei Fabelwesen, nämlich die Faune und die Feen, alle anderen laufen nur so mal durchs Bild, das heißt, da kriegt man gar nicht so ein bisschen mit, man heißt, man wird so ein bisschen in diese Welt reingeworfen, da hätte ich mir noch gerne ein bisschen mehr Expositionen gewünscht. Vielleicht kommt das ja noch. Und, ohne jetzt zu spoilern, das Motiv desjenigen, der es dann am Ende war, war jetzt ein bisschen dünn. Man hätte die Figur noch mehr ausspielen müssen, finde ich. Um halt, um diese Motivklarheit noch mal ein bisschen zu verdeutlichen. Also wäre es ein Sherlock Holmes gewesen, ohne diese Fantasy-Aspekte, wäre es ein mittelmäßiger Sherlock Holmes gewesen. Dadurch, dass aber noch diese Fantasy-Aspekte on top kommen, war es nie langweilig und man möchte mehr über diese Welt erfahren. Ja, und wir haben ja noch so ein paar kleine Nebengeschichten. Das fand ich immer ganz nett. Wir haben einmal den Pack, der in die Nachbarschaft zieht, der reichen Leute. Dann haben wir noch die Geschichte mit dem, ja, mit den Regierungs, mit dem Regierungssohn und der Regierungstochter, sozusagen, die ihre Allianz aufbauen. Also da sind immer so kleine Nebenstränge, die so nebenbei erzählt werden, neben der Geschichte von Pfeile und Vignette. Ja, und das fand ich sehr unterhaltsam. Fandst du das ein bisschen nicht ein bisschen zu sehr Holzhammer, so mit Rassismus und Ghetto und Ausgrenzung? Ja, es ist halt sehr, es ist schon ein bisschen platt, finde ich. Also da ist, da ist, da Crystal schon ein bisschen feiner. Ja, das stimmt. Aber es ist natürlich auch so, so Zeitgeist, ne? Es ist einfach gerade das, was auch so in der Welt gerade passiert. Ja, große Flüchtlingskrise, etc. Das wird natürlich da alles irgendwie aufgegriffen und ja, das erzählt sich halt gut. Mhm. Was auch gut war, muss man ganz ehrlich sagen, ist auch hier der Cast. Ähm, auch wenn es jetzt Namen sind, die einem auf den ersten, ja, beim ersten Hören gar nicht so viel sagen. Also als ich mir die durchgelesen habe, sagte mir ehrlich gesagt, außer Orlando Bloom, Cara Delevingne, die kennt man aus Valerian, eigentlich nur noch Alice Creek was, die war die Borg-Queen im, ähm, in First Contact. Ansonsten hat man die irgendwie alle schon mal gesehen, ohne sie jetzt sagen zu können, der ist da und da, aber auch da war jetzt wieder einer von Outlander dabei, Genau, da haben wir Andrew Gower, der in Outlander den Charles Edward Stewart spielt. Der ist mir sofort aufgefallen, weil, ja, der fällt einem einfach auf. Der hat ein sehr, sehr expressives Schauspiel. Ähm, ja, und bei den anderen, da war ich auch ein bisschen überfordert, also die kannte ich jetzt auch nicht, äh, vom Namen her. Manche Gesichter kamen einem bekannt vor, wie zum Beispiel von der, äh, Fee Tourmaline. Ich finde, das Gesicht kam mir bekannt vor, aber ich konnte die einfach nicht einordnen. und dann haben wir zum Beispiel David, äh, Gajazi, der Mr. Agraeus spielt und den gab's dann wohl mal in Cloud Atlas, in der Troja Minisere und bei Interstellar hat er auch mitgespielt. Aber das Gesicht, ja, gut, äh, bei der Maske mit dem Bart habe ich sowieso überhaupt kein, kein richtiges Gesicht zuordnen können, aber, ja, die hatte ich einfach so nicht auf dem Schirm. Cara Delevingne und Orlando Bloom sind auf jeden Fall die Aushängeschilder. Ja, jetzt wird, wenn man sich die, äh, Kritiken anguckt, eigentlich immer die Cara Delevingne als extrem hölzern und völlig untalentiert dargestellt. Das finde ich überhaupt nicht. Ich fand die jetzt auch nicht so schlimm. Also, ich habe immer das Gefühl, ähm, auf, auf ihr wird ziemlich viel rumgehackt, ähm, weil sie ist ja, äh, gestartet in ihrer Karriere als Model. So, ihre Schwester, die Poppy Delevingne, die ist ja auch Model, ähm, aber Cara Delevingne möchte lieber Schauspielerin sein und, also, ich finde, sie macht da einen guten Job. Ich, ich mag sie gerne sehen. Ich finde, sie kann das gut. Ich weiß nicht, was es mit der Kritik soll. Aber es ist vielleicht auch Also, sie ist jetzt, weiß Gott, nicht die begnadete Schauspielerin. Nein, das muss man jetzt sagen. Die ist jetzt nicht super hölzern oder super schlecht. Aber wenn ich, ich finde, sie kann ihre Gefühle gut, äh, rüberbringen. Und vor allem, wenn ich das vergleiche mit zum Beispiel Milja Jovovich, dann ist dann das Welten, also im Positiven, ja. Also, Milja Jovovich, ich meine, die kriegt ja nicht ohne Grund nur noch Resident Evil Filme, die ihr Alter produziert, ja. Die, also das sind, die kann wirklich nicht schauspielern, ja. Aber das guckt man halt, weil es halt Schlack ist, ja. Und dann guckst du den Karten. Außer im 5.Element. Ja, aber da hat sie jetzt ja auch nicht allzu viel zu sagen, außer Multipla, so mächtiger Malabum. Ja, aber da war sie trotzdem expressiv. Ja, das mag ja sein. Also von daher, das kann ich jetzt nicht so verstehe, nicht ganz so nachvollziehen. Ja, Orlando Bloom spielt sich jetzt auch keinen Arsch ab. Also, keiner spielt sich da einen Arsch ab, ja. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist halt auch eine düstere Welt. Ich finde, bei Orlando Bloom, der, der bringt die Rolle gut rüber. Ja, der hat da ziemlich, ja, ziemlich viel zu verarbeiten. Also die Rolle, was der da so rausfindet, während der ganzen Handlung und welche Sachen der da verarbeiten muss. Es ist eine harte Zeit. Das muss man schon sagen. Und was der da sieht, also diese grausamen Morde, wenn du sowas dann auch siehst, ist vielleicht auch nicht so toll. Und ich finde, das springt ja auch gut rüber. Und wir können ja froh sein, dass es jetzt wieder Streaming-Dienste gibt, weil da finden auch Schauspieler, die eigentlich schon durch sind, wie Orlando Bloom, wieder eine Anstellung. Ich habe nämlich heute, ja, zum Beispiel hat Brandon Fraser mit Die Affair, was wohl demnächst auch bei Netflix läuft, auch wieder einen riesen Hit gelandet. Nachdem der jetzt auch schon zehn Jahre wirklich durch war, hat er jetzt da anscheinend wieder eine Critic-Acclaimed-Series hingelegt, ja, auch auf einem Streaming-Portal. Also von daher, Streaming-Portale sind gut für Schauspieler, wenn sie nochmal eine zweite, weil früher war sich so jemand wie Orlando Bloom, wäre sich früher viel zu schade, zu fein gewesen, ins Fernsehen zu gehen. Die hätten niemals Fernsehen gemacht. Das stimmt, ja. Und er hat natürlich auch Glück, weil er für so Fantasy-Genre prädestiniert ist. Wenn man mal rückblickend schaut, was er für Filme gemacht hat, der Durchbruch mit Herr der Ringe, dann Flucht der Karibik, Troja, Königreich der Himmel, all diese Filme, haben immer so einen Fantasy-Touch. Und ich finde, der passt auch sehr gut in das Genre rein. Ja. Tricktechnisch ist es okay. Ja, man sieht manchmal, wenn die Feen da so fliegen, dann sieht man halt das CGI, aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Am Anfang das mit dem Schiff, das war ziemlich cheesy. Aber die Maske ist gut. Die Masken sind super. Also ich finde, diese Fauns sind richtig klasse gemacht. Also da würde ich ja wirklich mal gerne sehen, ob die das wirklich so gemacht haben, wie die Cosplayer, wie die auch diese High Heels dann tragen und sich da die Hufe dran pappen, die das genauso gemacht haben. Das ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Ansonsten gibt es jede Menge awkward Sex. Faun und Menschen, Elfen und Menschen. Naja, Elfen und Menschen ist jetzt nicht so awkward. So? Nein. Faun, das sieht schon ein bisschen komischer aus vielleicht. Das mit dem Faun war schon, ja. Und wer mal sehen möchte, wer fast, beziehungsweise wer mal Daenerys gespielt hat, um dann nach der ersten Folge wieder rausgeschnitten und gegen Emilia Clarke ersetzt zu werden, der sollte mal ein Auge auf, wie heißt sie? Imogen Spurnrose. Also heißt die Rolle, die Schauspielerin, die Schauspielerin heißt Tamsin Merchant. Ja. Die war tatsächlich in der ersten Folge Game of Thrones die Daenerys und wurde dann nachträglich mit Nachtdrehs rausgeschnitten und ersetzt. Es lag nicht an ihrem Körpereinsatz, also dass sie Hintern und Titten zeigt, das hat sie auch bewiesen, auch in dieser Serie. Daran ist es nicht gescheitert. Ich kann mir auch nicht vorstellen, woran es gescheitert hat, weil ich habe eben schon zu Chris gesagt, die kann auch gut böse gucken. Tja. Also irgendwas hat den Produzenten nicht gefallen und jetzt ist halt Emilia Clarke die große Nummer. Ja, vielleicht wollten sie doch jemand mit lieblicheren Lippen haben. Das kann natürlich sein. Ja, also Carnival Row, auch das ist komplett auf Amazon Prime erschienen, aber im Moment noch auf Englisch und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte fast nicht weiter geguckt, weil es doch mit sehr vielen starken britischen Akzenten durchzogen ist und man sich definitiv erst ein, zwei Folgen reinhören muss und ich habe dann Untertitel dazu angeschaltet, weil das war auch diese ganzen Spezialbegriffe. Also englische Untertitel. Englische Untertitel. Weil auch diese ganzen Spezialbegriffe, die kannst du ja erstmal nicht zuordnen. Ja, das ist richtig. Die ganzen Eigennamen der Wesen und so weiter, die muss man ja erstmal zuordnen und das ist ein bisschen schwierig. Aber ab 22.11. auf Amazon Prime dann auch auf Deutsch. Genau. Aber ich finde ja, also ich habe ja auch mal ein bisschen im Internet geguckt, was so für Artikel dann erschienen sind. Das Internet? Gibt es den Blödsinn immer noch? Ja. Stell dir bloß vor. Und da bin ich über einige Artikel gestolpert, wo dann gesagt wurde, hier, das neue Game of Thrones. Und ich dachte so, also die Leute, die diese Artikel geschrieben haben, haben noch nie in ihrem Leben Game of Thrones geguckt. Weil ich finde, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, nur weil es in einer Fantasy-Welt spielt. Also wenn, dann ist eher noch Dark Crystal das neue Game of Thrones. Ja. Also, das kann ich, also, nee. Also ich weiß nicht, was die sich da manchmal bei denken, so ein Blödsinn zu schreiben. Es ist Sherlock Holmes meets der goldene Kompass. Ja, irgendwie so. Ja. Wobei ich schon gesagt habe, da diese Faes und Pixes und Paxes und alle Fantasy-Wesen kommen ja aus dem Lande Tirnanok. Und Tirnanok sagt vielleicht dem einen oder anderen was, das ist tatsächlich ein mystisches Land in Irland. Wer also mal nach Irland fährt, kann sich damit ja noch mal ein bisschen näher beschäftigen. Aber aus Tirnanok kommen auch die Mystic Knights von Super RTL. Ja. Kennt das noch jemand? Ich kannte es nicht, ich habe mir eine Folge angeguckt, es war wirklich schwer zu ertragen. Es ist super cheesy, aber falls ihr sowas mögt, es ist total toll. Und gibt es, glaube ich, auch komplett auf YouTube oder sowas. Ja, irgendwie so. Weil keiner möchte das freiwillig streamen und dafür auch noch Geld bezahlen. Hallo, die Kelly-Family singt den Eröffnungssoundtrack. Ja. Super. Okay. Ja. Du guckst gerade noch eine andere Serie. Also dann kurz, bevor wir darauf eingehen, also was würdest du dem, wie würdest du es bewerten? Guck-Empfehlung? Ja, auf jeden Fall. Kann man sich anschauen. Ich glaube, es ist sogar was für Leute, die einfach nur eine Krimiserie wollen. Ja, genau. Also es ist wirklich spannender Kriminal-Fantasy. Ja, also wer so mit so Sherlock Holmes und Jack the Ripper und so ein Kram was anfangen kann, der ist eigentlich da ganz gut aufgehoben. Selbst wenn er dem Fantasy-Genre nichts anfangen kann und die, die Fantasy mögen, die nehmen halt den Krimi-Teilen mit. Genau. Also von daher kann man gucken. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so, würde ich vielleicht sechseinhalb Punkte geben von zehn statt den acht bei Dark Crystal, weil ganz so gepackt hat es mich nicht. Aber ich bin interessiert, wie es weitergeht, weil diese Welt ist für mich dann am Ende interessanter als die von Dark Crystal, weil sie am Ende mehr Abwechslung bieten wird. Dafür ist die Dark Crystal-Welt doch sehr limitiert und knuddelig und kunterbunt und vor allem, ich weiß halt, wie gesagt, wie es ausgeht, hier weiß ich nicht, wie es ausgeht. Aber ich finde, man kann die jetzt auch nicht so miteinander vergleichen. Also ich finde, ich finde schon. Also man kann sie sich direkt miteinander vergleichen, man kann aber schon sagen, welche Welt ist das eine und möchte ich da mehr überfahren und bei dem anderen ist es halt sehr begrenzt. Also die Welt in Carnival Row riecht schon nach einer Staffel nach mehr, wohingegen bei Dark Crystal ich ein Grundsatzproblem habe, dass das ein ganzer Planet sein soll, weil so fühlt es sich einfach nicht an. Wobei ich mich frage, wie es mit Carnival Row weitergeht, weil es ist jetzt in der Staffel ein Fall gewesen, der Fall wurde im Prinzip gelöst, das Ende ist jetzt ein bisschen offen, wobei man auch sagen könnte, okay, das Ende, ja. Ja gut, wenn es nicht weitergeht, dann bleiben halt noch viele Dinge offen. Ja, aber es wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn es nicht weitergeht, der Fall an sich wird gelöst. Ja, ich frage mich halt nur, wie ist es dann in der nächsten Staffel? Geht es dann weiter um politische Intrigen oder gibt es dann wieder so einen Fall, der gelöst werden muss? Das verstehe ich halt noch nicht so ganz. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein bisschen wie sie es bei Sherlock machen, es gibt so den Fall der Staffel plus diese überspannende Geschichte. Ja, das würde ich mir dann halt wünschen. Also ich fände es halt schön, wenn es dann den nächsten Fall für Mr. Philo gibt. Ja. Also auch hier eine Guckempfehlung, auch die ist komplett online, könnt ihr also in einem Rutsch durchgucken. Du hast noch eine neue Serie für dich entdeckt, zumindest höre ich dich in einer Tour nur noch kichern seit drei Tagen. Aber das hat überhaupt nichts mit Fantasy zu sein. Ist egal, wir machen heute einen Serien-Round-Up. Ja, aber das wird für manche von den Zuhörern vielleicht langweilig sein, weil ich habe jetzt angefangen Modern Family zu schauen. Ich bin jetzt bei Staffel 3, eine Folge hat immer so 20 Minuten, wie bei Friends zum Beispiel. Und ich muss sagen, es ist wirklich sehr lustig und unterhaltsam. Ja, offensichtlich, denn so viel wie du kicherst, muss es lustig sein. Und ich bin froh, dass ich mal andere Gags höre als zum hinzehntentausendsten Mal Friends. Wobei ich sagen muss, es gibt viele, viele Hinweise auch auf Friends in dieser Serie, auch wenn die vielleicht nicht gewollt sind. Aber ich habe einige Dinge da in der Serie gefunden, wo ich sagen kann, das ist so auch schon bei Friends passiert. Tja, Friends war halt dann doch an einem Schuld. Also als Comedy-Folge ganz gut zu empfehlen. Dann gucke ich jetzt gerade noch die zweite Staffel einer, ja, wie sich jetzt rausgestellt hat, Anthology-Serie, nämlich The Terror. Auch auf Amazon Prime. Die erste Staffel hieß noch The Terror, weil es um das Schiff HMS Terror ging. Das beruhte auf einer wahren Gegenheit, nämlich einer, ich glaube, wir haben auch einen Cast drüber gemacht, wo ich zumindest mal kurz drüber spreche, um eine Antarktis-Expedition 1800, hau mich tot. Ah, ich erinnere mich. Das wird dann ein bisschen angereichert, mir so ein bisschen Mystic und Ghost Story lustiger, weil eigentlich war das der Teil, der mich am meisten gestört hat. Und dann war die Serie vorbei, weil die Geschichte dieser HMS Terror einfach vorbei war. Und dann dachte ich, da kommt jetzt nichts mehr. Und dann hieß es auf einmal, es gibt noch eine zweite Staffel von The Terror. Und ich habe mir gedacht so, hä, wieso? Das ist doch mit dem Geschiff ist doch vorbei. Und siehe da, das wird jetzt eine Anthology-Serie, wo man anscheinend jetzt immer historische Ereignisse verquickt mit irgendwelchem Mystery-Kram. Und in der zweiten Staffel geht es um die japanische Community in den USA zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, kurz nach dem Angriff auf Pearl Harbor. Da haben nämlich die Amis sich auch nicht allzu dolle verhalten mit ihren eigenen Landsleuten. Die haben die nämlich auch alle eingecached und eingesperrt, weil sie Angst hatten, dass jeder Japaner ein Spion ist. Und haben also die Japaner auch in Lager gesteckt. Also die amerikanische Staatsbürger. Und innerhalb dieses, dieser japanischen Community, dieses Lagers, geht dann halt so ein japanischer Geist halt um und bringt die Leute um. So, ganze halt dann mit so dem üblichen creepy verdrehten Klipmaßen und so weiter. Also es ist ganz interessant. Ist historisch, genauso wie die HMS Terror-Geschichte, sehr korrekt dargestellt. Und hier macht aber dieser, diese Ghost-Story ein bisschen mehr Sinn. Einfach, weil ich das im Grunde genommen jetzt auch weiß, worauf ich mich eingelassen habe. Bei der ersten Staffel, da habe ich halt gedacht, so okay, das fängt halt an wie so eine History-Serie, die halt historisch korrekt ist. Und plötzlich kommt diese Geister-Geschichte on top, die irgendwie nicht passte. Und jetzt, wo man es weiß, weil jetzt muss man sagen, also diese japanische Konzentrations-Camp-Geschichte wäre jetzt eher so mäßig, wenn diese Ghost-Story nicht da wäre. Kann man so weggucken, wenn es nicht die Hälfte der Serie auf Japanisch wäre und man dann immer auf die Untertitel gucken müsste. Also kann man es nicht so nebenher weggucken und muss immer die ganze Zeit hingucken. Was ein bisschen anstrengend ist, das ist dann so ähnlich wie bei Narcos, das kann man auch nicht so weggucken, weil die die ganze Zeit Spanisch reden. Aber gut, vielleicht gibt es ja auch Hörer, die Japanisch gönnen, dann könnt ihr da euer Japanisch trainieren. Ansonsten macht das schon Spaß, kann man schon weggucken, ist auch ganz gruselig und soweit interessant. Sind acht Folgen, die schaut man eben einfach mal so durch. Kommt aber jeden Freitag, also da kann man jetzt noch einsteigen, ist noch nicht komplett abgeschlossen. Und was habe ich noch geguckt? Achso, Grand Tour habe ich endlich zu Ende geguckt. Oh, wir haben noch was anderes angeschaut und zwar zur Abwechslung mal eine deutsche Serie. Richtig, genau. Wie hieß sie noch gleich? Criminal. Wir haben die ersten drei Folgen Criminal Deutschland geguckt. Ich habe jetzt gesehen, es gibt Criminal Frankreich und Criminal UK. Okay, aber ich muss dazu gestehen, ich habe bei der ersten Folge noch, war ich noch aufmerksam. Bei der zweiten und dritten bin ich schon so ein bisschen weggedriftet, weil ich es dann doch irgendwie ein bisschen langweilig fand. Man muss es mögen. Ich fand es nicht schlecht. Es ist so ein bisschen Tatort mäßig am Anfang. Ja, aber der Gag ist, es spielt alles in einem Verhörraum und zwar nur in einem Verhörraum. Aber der Gag daran ist wieder, es spielt in Berlin in einem Verhörraum der Polizei und du denkst halt, es ist in LA oder in New York oder in irgendeinem amerikanischen Gebäude, weil doch, du siehst schon deutsche Architektur, das ist so Bauhaus-Style irgendwie, aber für so ein Polizeigebäude denkst du dir danach, als ob das so modern wäre und so cool, weil es ist wirklich sehr cool gemacht. Siehste? Das glaube ich dann halt nicht so. Ja, aber jetzt, wenn ich dir jetzt sage, dass die Frankreich und die England-Folge im gleichen Verhörraum, im gleichen Gebäude spielt, für das jeweilige Land halt im Grunde genommen einfach ausgetauscht ist. Ist das so? Ja, ist so. Ach. Ja, dann denkt sich halt, dann sei doch froh, dass der Engländer jetzt mal was sieht, wo er denkt, oh, in Deutschland sieht es ja genauso cool aus wie bei uns, weil hätten wir nämlich mit der UK-Geschichte angefangen, hättest du das nämlich nicht gesagt. Da hättest du nämlich gekauft, dass bei Scotland Yard das Ding so aussieht. Ja, wobei, nee, da hätte ich mir auch was anderes vorgestellt, aber da ist es wahrscheinlich so Klischee-Denken. Da hätte ich mir dann halt so ein, ja, in London ist es jetzt auch ein bisschen klassischer, so, nicht so cool Modell. Also worum geht's? Es geht im Grunde genommen immer um ein Ermittler-Duo, wie gesagt, die anderen, die ausländischen, England und Frankreich hab ich noch nicht gesehen, aber Deutschland mal geguckt, da geht's, Silvester Groth spielt dabei, ein Ermittler und es ist eigentlich immer ein anderer Fall, der praktisch ein kleines Kammerspiel innerhalb von 45 Minuten dann so hat. Gibt immer so einen kleinen Twist am Ende und es ist natürlich extremst dialoglastig, es gibt keinerlei Action und sonst irgendwas, es lebt vom Schauspiel und von den Dialogen und von dem Interagieren der Schauspieler. Ich fand's jetzt gut, aber ich kann verstehen, wenn man irgendwann so sagt, ja, das ist jetzt nicht so meins. Also vielleicht lag's auch einfach an dem Abend daran, dass ich vielleicht nicht so aufgeschlossen war, mir jetzt sowas anzuschauen, weil ich nicht wusste, was da jetzt kommt. Wenn ich jetzt irgendwie gewusst hätte, dass das so ein, ja, etwas dialoglastiges Schauspiel ist, dann hätte ich vielleicht gesagt, lass uns eh irgendwas anderes gucken und das gucke ich mir dann anderen Mal an. Ja, es ist bestimmt gut. Wie viele Folgen sind das? Es sind dann jetzt neun Folgen, drei aus England, drei aus Frankreich, drei aus Deutschland. Ah, okay. Aber ich glaube, was Spanisches kommt auch noch, aber das habe ich irgendwie nicht gefunden, weil Netflix is a bitch, ja, irgendwie jede Länderfolge für sich als, also nicht in Staffeln da, es gibt also kein Criminal und dann sind die einzelnen Länder da, so musst du es dir zusammensuchen, was ziemlich dämlich ist, weil es auch nicht in den Vorschlägen kommt. Also als die letzte deutsche Folge zu Ende war, ging es nicht mit Frankreich oder England weiter. Das ist natürlich ziemlich, da kam dann nur in, sie haben das geguckt, also möchten sie wahrscheinlich auch das gucken. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber okay, gut. Tja. Ansonsten ging es noch weiter mit Elite, der spanischen Netflix-Serie, wo es um so einen Highschool-Mord geht. Das ist doch Riverdale auf Spanisch. Das ist so ähnlich wie Riverdale auf Spanisch, genau. Ist jetzt die zweite Staffel erschienen auf Netflix, die habe ich schon durchgeguckt. Und ja, wenn man Riverdale mag, dann kann man sich das auch gut angucken. Jo, sonst habe ich gerade nichts mehr. Sonst habe ich auch gerade nichts mehr. Ich muss weiter Modern Family gucken. Tja, dann wünscht er jetzt viel Spaß bei Modern Family gucken. Was haben wir noch für Ankündigungen zu machen? Wenn der Michael wieder aus der Sommerpause zurück ist, aus seinem Kreta-Urlaub, dann geht es eigentlich nahtlos weiter, denn dann stehen schon wieder neue folgende Walking Dead an, das heißt, Dead Nuts Talking gehen weiter. Da muss ich ja unbedingt mal aufholen. Solltest du. Die letzte Staffel soll ja gut gewesen sein, da muss ich mal dringend schauen. solltest du aufholen. Aber jetzt im Herbst, wenn es auf Halloween zugeht, dann bin ich auch viel offener, mir sowas anzuschauen. Okay, also Dead Nuts Talking wird weitergehen. Dann haben wir jetzt den Termin für die Pressevorführung vom Joker. Da bin ich schon extrem gespannt drauf. Dazu werden wir auf jeden Fall ein Review machen. Wir arbeiten an unseren nächsten Cons. Da ist aber noch nichts alles 100% spruchreif. Da werden wir euch auch noch im Laufenden halten. Und wir haben auch gerade eine ganz spannende Umfrage am Laufen. Ich will nämlich von euch wissen, wie macht ihr euer Nutella-Glas auf beziehungsweise die goldene Folie ab mit dem Messer oder mit dem Fingernagel. Und wir haben schon festgestellt, ich bin der Fingernagel-Typ und du bist der Messer-Typ. Ja, aber hängt euch doch einfach mal nicht an dem Nutella auf. Nehmt irgendeine Schokocreme eurer Wahl. Wir haben zu Hause nämlich auch kein Nutella, sondern eine andere Schokocreme. Nicht alle Schokocremes und eine Folie drüber. Ja, aber du kannst ja auch ein Honigglas nehmen. Auch keine Folie drüber. Doch, je nachdem. Echt? Ja. Aber es macht nur bei der goldenen Folie so Spaß. Das Unboxing eines Nutella-Glases ist schon nicht schlecht. Ja, Palmöl. Ja. Nein, wir mögen natürlich kein Palmöl. Wir sind ein palmölfreier Haushalt. Genau. Ja, wir essen nur All Natura Naturcreme. Ja, die ist lecker. Die ist wirklich lecker. Die, die ich jetzt gekauft habe, die war nicht so, weil die ist nur vegan. Die ist kacke. Die ist aber auch ohne Palmöl. Ja, aber die ist halt so. Die ist viel zu süß und flüssig. Genau. Also, in diesem Sinne machtet Jort bis die Tage. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.